Ja hallo zusammen, Hedgecom zu einem weiteren Competitive Deckcheck. Ihr habt abgestimmt und im Bereich Modern war es Eldrasitron und ja, wir schauen uns natürlich wie immer hier die komplette Hauptliste an. Im angepinnten Kommentar findet ihr die gesamte Deckliste inklusive dem Sideboard. Ja, ich habe wieder eine Turnierliste natürlich rausgesucht, Bereich Competitive, diesmal vom Grand Prix Birmingham, der jetzt auch vor einer Woche war. Platz 11 war das Deck, ziemlich nice und ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Es waren wieder über 1700 Spieler, hat also auf jeden Fall sehr nice performt und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Den Preis habe ich natürlich auch für euch nachgeschaut. Ich habe mich wie immer an MKM orientiert und das Hauptdeck, wie ich es euch jetzt hier vorstelle, kostet im Moment 600 Euro. Davon sind 36 Euro für Porto gewesen und mit dem Sideboard, welches unten angepinnt ist, sind wir bei knapp über 650 Euro für diese Turnierliste. Ja, genug über den Anfang geredet, schauen wir uns das Deck mal an. Ja, wie gesagt, Eldrasitron, etwas neuer jetzt die Liste. Wir haben uns im Modernbereich von den Rot-Grün-Decklisten so verabschiedet und sind jetzt wirklich ein eher farbloses Deck. Gefällt mir sehr gut, passt super ins Meta rein. Sind wieder einige Karten dabei, die extra für das Meta so gewählt wurden, aber dazu dann später. Erstmal das ganze Urzatron. Hier sehen wir die Urzaländer vorweg. Ich habe ausnahmsweise auch die mit dem weißen Rand genommen. Die finde ich persönlich nicht ganz so hübsch, aber da ist unten das Wording viel besser für die Leute, die die Karten noch nicht kennen. Ist eine wunderbare Möglichkeit, um viel farbloses Mana zu generieren. Alle drei Länder kommen natürlich ungetappt ins Spiel. Sie tappen für ein farbloses Mana. Aber wenn wir mindestens jedes Exemplar einmal im Spiel haben, dann macht die Mine und das Kraftwerk zwei farblose Mana statt einem. Und der Turm macht sogar drei farblose Mana. So ist es uns möglich, wenn wir alle drei Teile zusammenkriegen bis zum dritten Zug, können wir im dritten Zug sieben farblose Mana machen. Und das Ganze mit Eldrasis natürlich kombiniert. Ist ein sehr, sehr schnelles Deck, was wirklich beängstigend große Kreaturen sehr schnell aufs Feld kriegt. Also definitiv nicht zu unterschätzen. Da wir uns nicht nur darauf verlassen wollen, wie wir unsere Länder irgendwie zusammenziehen, das wäre ein bisschen blöd, zeige ich euch noch was kurz vorweg. Wir fangen nämlich diesmal mit der kompletten Mana Base an. Ich dachte, das wäre ein bisschen sinniger bei dem Urzadeck. Wir haben vier Expedition Maps. Die kennt man auch schon aus den alten Trondacks. Die sind sehr cool, weil wir sie für einen Mana ausspielen können im ersten Zug. Im zweiten Zug können wir sie dann schon opfern und dann unser Deck nach einem beliebigen Land einfach durchsuchen und es auf die Hand nehmen. Also dann im Optimalfall das fehlende Urzadeil nehmen. Dann können wir halt im dritten Zug tatsächlich alle drei Teile zusammenkriegen. Der Mindstone passt auch noch zum Ramp, den wollte ich hier mit einblenden. Ist ein schönes Mana-Artefakt. Ramp uns zwar nur ein Mana nach vorne, wir können es aber später für ein Mana opfern, um eine Karte nachzuziehen. Ist nicht zu unterschätzen, wenn man mal noch eine Karte braucht. Doch im Late-Gen hat man eh genug Mana und dann kann man, ist das ganz cool, wenn man seine Mana-Steine einfach noch in eine Karte verwandeln kann. So, der Rest der Mana Base, wir haben natürlich vier Eldrasi-Tempel, nahezu all unsere Kreaturen. Wir haben eine Ausnahme, seht ihr gleich, sind Eldrasis. Aber der Eldrasi-Tempel tappt ja auch für alles andere für einen Mana. Und wenn wir dann mit einem Eldrasi-Zauber-Spruch spielen, kriegen wir direkt zwei farblose Mana. Also die Mana Base ist halt sehr, sehr, sehr stark bei diesem Deck. Dann können wir uns Ghost-Quarter erlauben, wir müssen kein farbiges Mana produzieren und können halt wunderbar Utility-Länder spielen. Drei Ghost-Quarter, zum Beispiel gegen andere Tron-Decks oder einfach gegen andere Utility-Länder, generell super Karte. Dann Cavern of Souls, in jedem Tribal-Deck ist die Cavern eine sehr gute Karte. Wenn sie ins Spiel kommen, bestimmen wir einen Kreaturen-Typ, in der Regel dann natürlich Eldrasi. Und das Tapp für Mana, einer beliebigen Farbe für den gewählten Kreaturen-Typ. Das ist gar nicht mal so wichtig bei uns, das wäre interessant, sowas für Elfen-Decks zum Beispiel. Aber unsere Kreaturen-Zauber werden dadurch uncounterbar. Ist natürlich nochmal ein Vorteil gegen sowas wie Grixis-Decks, die ja jetzt auch viele Counterspells spielen. Dann am Ende haben wir einen Seagate-Wreckage, auch ein wunderbares Utility-Land, wie ich ja finde. Falls wir mal unsere Hand leer spielen, was durchaus passieren kann, weil wir echt viel Mana generieren, dann können wir mit dem Seagate-Wreckage immer noch eine Karte nachziehen in jedem Zug und dann einfach konstant immer zwei Karten pro Runde quasi ziehen, einen im Draw-Step, eine durch das Land und haben dann zwei Karten für jeden Zug zur Verfügung. Wirklich, wirklich starke Mana Base. Dann der einzige Nicht-Eltrasis, die Walking Ballista, aber da kommt man im Moment nicht drum herum, da wir eben so viel Mana haben. Zum Beispiel Turn 4 können das locker zehn Mana sein. Ja, Walking Ballista ist da immer gut. Wir können sie individuell für so viel Mana spielen, wie wir wollen und sie ist einfach gut gegen so viele Decks, sei es schnelle Aggro-Decks, irgendwas mit Tokens, gegen Visier-Decks, also die alten, quasi im alten, die Melira-Kombo-Decks sozusagen, also die Collected-Company-Decks könnte man sagen. Also es ist eine super starke Karte und kann man dann auch als Nicht-Eltrasi definitiv spielen. Dann kommen wirklich die Eldrasis. Das sind wirklich die Klassiker, die wir so aus den, ja, aus diesen Midrange-Eltrasi-Decks kennen. Meta Reshaper, Swordnotes hier. Alles, was halt gute Werte hat, gute Effekte hat und dadurch, dass wir die Karten eben sehr früh ins Spiel bringen können, sind die dementsprechend stark. Meta Reshaper, ja, 3-2, sorgt dafür, dass wir nicht zu sehr, ja, mit dem Kartenvorteil nach hinten kommen. Wenn er stirbt, oberste Karte des Decks aufdecken, ist das eine permanente Karte, eine bleibende Karte mit Mana kosten drei oder weniger, dürfen sie direkt ins Spiel bringen. Das ist also cool, falls mal ein Land auf dem Deck liegt. Ansonsten kriegen wir die Karte einfach direkt auf die Hand. Ziemlich nice. Dann haben wir einen Swordnotes hier für vier Mana. 4-4, wenn er ins Spiel kommt, dürfen wir uns die Hand des Gegners anschauen. Dann eine Nicht-Land-Karte davon aussuchen, sie ins Exil schicken. Auch super stark, wenn man mal gegen Combo-Decks zum Beispiel spielt, haben wir einfach, ja, auf starken Kreaturen noch Hand-Disruption drin. Also, ja, nicht ganz Discard, aber es ist halt Hand-Disruption. Wenn der Swordnotes hier das Spiel verlässt, darf der Gegner die Karte halt wieder nachziehen. Aber es ist halt eine Random-Karte und wir können ihm immer die beste Handkarte klauen. Super stark. Dann Reality-Smasher, das ist unser großer, dicker Bieter. 5-Mana, 5-5-Trample-Haste, super solide Werte. Und wenn er das Ziel von einem Zauberspruch wird, muss ein Gegner eine Handkarte abwerfen oder sein Zauberspruch wird einfach gecountert. Das ist einfach super. Also, der Reality-Smasher tauscht immer 2 zu 1 quasi. Es sei denn, er wird im Kampf irgendwie getötet oder von einem Planeswalker. Generell aber Karten-Vorteils-Maschine auf jeden Fall und 5-5-Trample-Haste. Was will man mehr? Kann man Zug 3 easy legen und hat sogar noch 2 Mana über. Kann man mal machen. Endbringer können wir zum Beispiel auch im dritten Zug spielen. Das ist eben die Stärke des Decks, dass wir sehr schnell diese starken Kreaturen ins Spiel kriegen. 5-5 enttappt in jedem anderen Endtap-Segment. Also, auch beim Gegner kann tappen, um Schaden zu schießen, was generell ja schon gut ist. Wir können sagen, dass Kreaturen weder angreifen noch blocken können. Und er zieht auch noch Karten nach. Also, eine sehr gute Late-Game-Kreatur. Und den Endbringer sollte man auf jeden Fall dann am Ende der Kurve spielen. Hier sehen wir natürlich jetzt ein paar Metakarten im Bereich anderes. Wir haben noch Chalice of the Void, 4-mal im Deck. Das treibt den Preis des Decks auch ein bisschen hoch. Aber der Chalice ist im Moment sehr gut. In der Regel spielen wir ihn immer für x gleich 1. Also, wir bezahlen 2 Mana rein, oben ins Doppel-X. Dann kommt er mit einer Marke ins Spiel, einer Ladungsmarke. Und immer, wenn ein Spieler dann einen Zauberspruch spielt, dessen Mana kosten gleich der Anzahl der Marken ist, auf dem Chalice wird dieser Spell gecountert. Supergute Karte, ist gut gegen Death-Shadow-Decks, die ja sehr viele 1-Mana-Spells haben. Generell kann man das immer auf 1 legen. Sobald wir unsere Expedition-Map gespielt haben, oder eben das Relic rechts, manchmal braucht man das Relic auch nicht, dann spielt man einfach den Chalice auf 1. Turn 2 halt einfach. Turn 1 Expedition-Map, Turn 2 Chalice. Und das ist schon manchmal der Tod für einige Decks. Die können keine Mana-Kreaturen mehr legen. Viele Spells im modernen Format kosten einfach 1 Mana, die gut sind. Lightning Bolt, Landraussuch-Spells, je nachdem. Es gibt alles Mögliche. Death-Shadow natürlich ganz gefährlich. Und Chalice einfach super starke Metakarte im Moment. Und passt perfekt hier in dieses Eldrasi-Deck. Ja, dann noch 2 Relics. Ja, Graveyard-Hate muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Alle Company-Decks, die mit dem Friedhof rumspielen. Kitchen-Fing-Decks. Relics, Dredge und auch das Death-Shadow-Deck natürlich. Da ist Graveyard-Hate immer gut. Mal trifft man auch noch ein Living-End-Deck oder irgendwas in die Richtung. Und ja, Relics einfach immer gut, weil man es im Notfall auch einfach so, ja, durchcyceln kann. Weil es zieht ja eine Karte nach. Ist nie eine schlechte Karte im Thron-Deck. Spiele ich immer gerne. Und es gab tatsächlich immer Zeiten, da wurden 4 Relics gespielt. Aber jetzt in Kombination mit dem Chalice finde ich den 4 zu 2 Split zum Relic eigentlich sehr gut. Gefällt mir wirklich gut die Liste. Werde ich wahrscheinlich auch nochmal nachbauen selber. Dann haben wir 2 Dismember. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen gefährlich aus, weil wir müssen immer 4 Lebenspunkte bezahlen, um das zu casten. Aber es ist wichtig, den minus 5 minus 5 Removal zu haben, weil viele Kreaturen im Modern-Format haben eben 5. Widerstand im Moment, sei es sowas wie Tazigur oder allgemein, will man auch noch einen Instant-Removal haben. Und Dismember ist halt in jeder Spielposition gut. Außer man kann sich das Leben nicht leisten, aber das kann man ja auch notfalls dann raus-sideboarden gegen entsprechende Decks. Aber Dismember sollte man immer mit dabei haben. Dann haben wir noch im, ja 7 ist so eine magische Zahl, das ist ja der Turn 3. Die Turn 3-Zahl beim Thron-Deck. Im Optimalfall, dass wir Turn 3 7 Mana haben. Da kann man gegen Controll-League Decks oder Decks, die sich einfach ausgetappt haben mit schlechter Bordpräsenz, mal einen Kahn legen. Und alle Aggro-Decks oder sehr kreaturenlastige Decks stoppen wir einfach mit dem All-Is-Dust. Da muss jeder Spieler alle farbigen Permanents-Opfern, die er kontrolliert. Hier nochmal zur Änderung, Länder sind immer farblos, also sowas wie Wälder müssen nicht geopfert werden, die sind nicht grün. Aber alles andere hat halt in der Regel eine Farbe, was eine bleibende Karte dann ist. Bei uns natürlich nicht. Und es ist ein wirklich, wirklich fieses, einseitiges Mass-Removal, könnte man sagen. Unsere Eldrasis bleiben ja einfach im Spiel und der Gegner verliert einfach mal alles. Kahn nochmal kurz abschließen, ist halt eine super Control-Karte. Macht das Late-Game halt deutlich stärker. Und anders als bei den RG-Ramped Decks spielen wir wirklich nur zwei. Man spielt keinen Ugin. Wir haben halt eine sehr, sehr aggressive Kreaturenbasis. Deswegen tendieren manche Leute dazu dennoch irgendwie dann so, ah, man spielt doch eigentlich mehr Kahns. Würde ich nicht machen. Der 2-2-Split finde ich auch super. Nicht umsonst. Natürlich, die Person hat super damit gespielt. Natürlich, 11. Platz auf einem GP. Aber ist wirklich eine schöne Liste fürs aktuelle Meter. Und zweimal Kahn am Ende finde ich da wirklich noch optimal. Ja, das waren auch schon alle Karten dieser Eldrasi-Tron-Liste. Ich finde es mal ein bisschen was anderes. Es ist ein wirklich aggressives Deck, was das gegnerische Deck aber auch auf vielen Ebenen angreift. Cell ist im Moment einfach sehr, sehr, sehr stark. Man hat den einen oder anderen Planeswalker. Mit der Walking Ballista kann man auch wild um sich schießen. Also, es ist ein wirklich schönes Deck. Cool, dass das abgestimmt wurde, dass ich das nochmal vorstellen durfte. Morgen gibt es noch ein Bonus-Video am Sonntag. Ich werde euch bestimmt was vorbereiten. Also, dass es sonntags ja eigentlich kein Video gibt, ist ja auch irgendwie gelogen, sage ich ja jedes Mal. Also, morgen wird wahrscheinlich auch noch was für den Sonntag kommen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ordentlich Kommentare da. Bin gespannt, was ihr sagt oder was ihr auch nochmal sehen wollt. Ich werde auf jeden Fall in die Kommentare reinschauen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.